so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go itch to domo hat gerade eingeladen jetzt ist es weg das ist die schenaya die ist zu besuch die assistiert mir jetzt denn wir haben was besonderes vorbereitet diesmal es geht um purmel um die zweitstufe deren namen ich gerade nicht weiß und vivian wie heißt das zweite wie popon show da steckt da steckt das wort popo drin und poncho ok ich habe nämlich fleißig jetzt kann ich euch das mal zeigen ich habe fleißig hier purmel bonbons gesammelt und habe jetzt 2499 und da habe ich nicht den glitsch benutzt der jetzt bekannt wurde dass man wohl einen purmel nimmt als body den mit knurs füttert wartet bis es auf der katte erscheint dann den body wechselt auf was anderes dann den body zurück wechselt auf das purmel und dann damit läuft wo leute in einer stunde zwischen hundert und tausend purmel bonbons bekommen haben und so gefarmt haben nee denn der glitsch kam da hatte ich schon meine 2400 voll und ja jetzt ist zu spät ich wollte aber die ganze zeit gucken ob ich vielleicht erstens alle 18 purmel bekommen aus den verschiedenen regionen und dann genügend bonbons habe um die auch alle zu entwickeln jenaya wird mir jetzt assistieren ich werde jetzt von jeder region das höchste purmel entwickeln zu vivian dass ihr das flügelmuster seht und jenaya wird euch während der entwicklung dann sagen wo ihr dieses purmel also findet aus welcher region das kommt ich sage euch den namen und sie sagt welche länder da dazugehören das ist doch richtig toll wenn wir hier mal auf entwicklungsstufen gehen seht ihr ich habe es ja eigentlich ein vivian entwickelt nämlich das glücks purmel was ich getauscht habe mit mit mir selber mit molly gefangen in römhild erhalten in hildburghausen das ist auch nichts gespooft das ist hier einfach die die ich beim geschenke öffnen zu hause jeden abend fangen die habe ich alle auf der hand man hätte ja ganz leicht irgendwo in den land gehen können hätte da drei stops gedreht sich drei postkarten selber angepinnt und hätte dann ein purmel von dort fangen können aber alle purmel die ich jetzt habe und heute entwickeln werde sind aus geschenken von anderen leuten gewesen ich habe die alle in hildburghausen gefangen ich schwöre auf alles was ich habe und dieses ist natürlich dann best buddy geworden weil damit die ganze zeit gelaufen wurde auch um die bonbons zu erreichen das ist auch das einzige vivian was ich habe ihr seht mit 114 vivian gesehen gefangen 1 wie geht das hä hä wo denn ach das vivian hast du zum ersten mal gefangen purmel ist dann ja was anderes schätze ich mal da verstehe ich nicht auf jeden fall seht ihr hier für diese medaille da auch also nicht für die medaille für den pokedex eintrag alle felder sind leer hier wird euch ja hier wird euch eigentlich trotzdem angezeigt wo ihr ungefähr die einzelnen form findet und hier seht ihr auch dass hier vieles einfach noch grau ist und das wollen wir jetzt alles ausfüllen den pokedex eintrag haben wir den rest haben wir nicht wir können auf die medaillen hier drücken und wenn wir auf die medaillen gehen sehen wir hier dass wir also die platin medaille haben wir haben alle 18 insgesamt gibt es aber wohl 20 zwei muster gibt es noch nicht das bogeball muster und noch ein anderes fantasie das ist vollgekommen durch die community durch die ganzen spoofer die ich in meiner liste habe durch leute die da mitgeholfen haben und ich selber konnte mich wieder mal ausruhen musste nichts machen außer einfach nur täglich geschenke machen und habe dann gesehen ach die schicken alle aus was weiß ich was für komischen ländern und ja jetzt gehen wir also was hast du gerade gesagt ein pummel ist noch grau hier das dritte oder ist oder ist das eins der 144 gesehen 142 gefangen drei glücks aber das steht ja bei jedem ding dann dabei ja das ist auf jeden fall sehr merkwürdig wir gehen jetzt hier auf wp sortiert wieso haut und sind jetzt die entwicklung da oben mit rein ach hier ist der button genau weg wir haben jetzt erst hier blumenmeer die genaia wird uns gleich sagen wo es blumenmeer überall gibt ich entwickle das solange durch blumenmeer müsste glaube ich auch im österreichischen raum österreich schweiz irgendwo da vertreten sein müsste ja das hier ausgefüllt sein und ihr seht es ist alles ausgegraut ist alles noch schatten das ist also jetzt neu für den decks und ein muster was wir noch nicht haben master gossi habe ich zum beispiel in der liste aus österreich aquamarine also ist es eher schweiz oder was ich glaube österreich ist auch zweigeteilt wir haben ja einmal blumenmeer was halt jetzt richtig schön rosa aussieht das ist dann die schweiz genau ich habe blumenmeer immer von marco felix zum beispiel bekommen stimmt jetzt ist das weg immer mal auf savanne hier so ja marco felix marco felix 1 kommandant habe ich in der liste was aus der schweiz kommt und aus der schweiz schickt jetzt haben wir savanne was ist savanne savanne klingt doch noch sand oder war ist aber glaube ich ein weißes muster neuer rekord so war so möchte ich das haben mein living decks wird daraus bestehen dass ich einfach einen purmel und ein pupunjo habe egal aus welcher region und halt alle 18 muster vom video sammeln ich würde nicht 18 verschiedene purmel sammeln weil das ist ja quatsch die sehen ja alle gleich aus genau wie pupunjo das ist eher in richtung sao paulo ich glaube brasilien sao paulo brasilien sagt sie savanne ist auch gar nicht weiß sondern ist halt irgendwie blau grün gelb komische farben du sagst ist hübsch ich sag sieht komisch aus deswegen gehe ich jetzt weiter zu flogge das ist aber jetzt was eisiges ja ich glaube die flogge war auch mein ich genau das ist diese hellblaue das ist in skandinavien da wo die elche hausen norwegen schweiz schweiz und schweden das ist das kann man ja mal verwechseln norwegen schweiz wer kennt es nicht die benelux staaten genau norwegen schweiz so schweden norwegen sagst du nach dass das das passt dazu flogge hat hier einfach ein schönes blaues zartes muster und hat auch so kleine weiße punkte auf dem flügel das sieht gut aus aquamarine das ist dann jetzt österreich ich glaube den body hat sie so benannt dass man weiß dass das aquamarien geschenke sind aus dieser region hat auch irgendwie was bläuliges wen kennst du noch aus österreich ist diese mich auch das ist auch blau das aber ein eher kräftigeres dunkleres blau mit mehr blau weniger punkte trotzdem anderes muster sieht aber auch gut aus jetzt habe ich hier dschungel dschungel brasilien ja dschungel ist sieben was ist weil panama ja ich warte doch guck ich habe nichts gesagt das seven versus wild puponjo haben wir jetzt gefunden das ist aus china ja guckt 777 777 wp ich habe übrigens noch kein 100 prozent pummel kann ich auch gleich dazu sagen ich glaube das ist eher genau indonesien ist es genau indonesien ich kann keine weltkarte lesen tschuldigung indonesien manche kann ich mehr das sieht auch nicht so schön aus das hat unten ist es dreckig weil es am boden schleift da hat es braun am flügel und oben ist es halt richtig grün dunkel und dann fliegt auch noch alles weg da gehe ich lieber auf sand und sage jetzt saudi arabien die saudi die saudi hast du schon ein 100 prozent pummel was ist dein bestes pummel 96 ich habe 98 zwei stück glaube ich mit 209 aber 211 wp brauchen wir ja für eben das hundertprozentige ich hoffe das ist nicht mehr bei carbador wo 117 wp ein 100er und 98 sein kann und da hast du dann vielleicht ein pummel mit 211 freust dich ja 100 und dann ist es ein 98 mit 14 wp äh mit 14 angriffen nur das wäre traurig aber ich glaube das hat wirklich nur einen wert sand ja sieht halt ja sandig aus da fliegt der sand aus den flügel das ist ja wunderbar gehen wir einfach zu ziergarten verlieren wir uns nicht weiter im sand ja ziergarten ich muss eh dann nochmal wir zeigen nochmal dann den vogeldecks wie sich das jetzt gefüllt hat und die verschiedenen muster im vergleich dazu sehr interessantes video jenna sehr interessant muss ich schon sagen das ist ja richtig brutal was du da machst also ziergarten ist meistens hier in orkland neuseeland eben zu sehen wellington orkland aber auch aber auch wie ich mal festgestellt habe dublin und co also hier vereinigte englische königreiche united dublin irland irgendwas dort so ziergarten grün mit oben minecraft muster drin mit roten mit roten mund und augen prunk wir kommen zu prunk warum das ist auch nur in japan erhältlich das ist ich glaube oh gott wie setzt sich das zusammen südlich südlich japan ich lese da immer punk zack punk genau naja japaner sind auch gerne mal punkig unterwegs das ist lila ja wenn ich das so gerade richtig sehe die kommen natürlich fast alle bei den gleichen wp raus weil ist ja klar die sind alle die sind eigentlich level 15 oder ja alle sind level 15 das ist ja gefühlt eine quest aus der das kommt und deswegen sind die level 15 deswegen weil es keine wilden gefangenen mit verschiedenen dings gibt sind alle ungefähr bei 700 der prunk ist ja lila mit auch minecraft obendrin passt was haben wir innovation sehe ich jetzt hier innovation ist glaube ich hier Richtung ja genau in new york also amerika nefjork amerika nefjork genau kevin allein in new york ja kevin allein in new york wo lebt kevin eigentlich wenn weil die sind ja im zweiten film nach new york gereist also leben die ja woanders aber auch in amerika oder muss irgendwie einen kleinen ruhigen amerikanischen vorort gewesen sein kevin aus l.a. reist nach new york aber es muss auch ein ziemlich gut bestücktes elternhaus sein also es wirkt für mich als ob die familie gut was angeht die familie ist gut bestückt vor allem der vater so wir haben jetzt innovation das ist hier rot und kann ich nichts zu sagen es ist nämlich auch irgendwie blau und weiß und schwarz und gelb und das ist mir schon wieder das ist mir schon wieder zu viel geh mal in die sonne so das ist jetzt bestimmt nicht so nerven aufreiben sonne ach genau sonne gab es in australien im weltall genau im weltall gibt es das auch genau australien in den outbugs wo kangama rumrennen und die kangarus sich freuen genau australien und zwar so im nördlichen bereich kennst du wolf creek den film wolf creek wolf creek 2 sag mir was ja aber ich hab's noch nicht geguckt ich hatte mal beide media books hier dann hab ich die beide verkauft die sind schweineteuer dann wieder gewesen sehr brutal und seitdem hast du das auch gefühlt nicht mehr gekriegt außer natürlich über den österreichischen markt kriegst ja alles immer ankert wolf creek wenn ihr wolf creek kennt schreibt es mal in die kommentare jetzt haben wir sonne hat einen roten kreis innen außen orange nochmal rot dazwischen gelb ja ergibt das wird eher auf japan passen die haben ja immer so ich glaub deren flagge ist doch leicht wie in so ner sonne aufgebaut monsoon ja die flagge von japan sieht aus wie ner rosette mit viel weiß drumrum also klopapier dann wird das den roten kreis mit viel weiß drumrum so monsoon hat ich hab ich monsoon überhaupt vorgelesen oder hast du das jetzt selber du hast es einfach entwickelt du ich seh ja dass du mitguckst und da muss ich weniger reden und du tust mir dann da so machen ja ich suche wo ist denn monsoon weil man hat sie extra ihr picacho mitgebracht damit sie abends was zum kuscheln hat ja monsoon sieht wieder anders aus als meins sieht anders aus als lennart seins ja ich wollte meinen schon die dritte ach da ist es monsoon ach das ist dieses ja leicht gräulich gleich das ist sehr edel das hat einen leichten metallic look aber trotzdem auch weiße das gibt es anscheinend nur details mit schwarz blau verschiedenen blautönen auch etwas lila drin also es ist in richtung thailand zu finden richtung tokio hotel genau bangkok thailand bangkok ich habe jetzt glaube ich frost äh frost es gibt es teilweise in alaska und aber auch wieder im skandinavischen bereich yay und zwar finland finland norwegen und finland hat alles was verschiedenes da lernt man noch was ja hallo adi schatz hüpf setz dich jetzt nicht auf die maus so machst du wieder das video zu ende adi tu das video beenden nein adi schatz hier frost sehr sehr weiß habe ich den schon mal entwickelt ne der ist einfach weiß weiß mit ein paar hellgrauen äh dings pass weiß hellgrau dings flussdelta flussdelta gibt es auch wieder in australien aber eher im südlichen bereich amazonas genau auch schon wieder australien ach das ist aber schön geht nach australien da findet ihr einfach alles melbourne melbourne das ist also wenn chaos lady brennt oder wie melbourne die melbourne die melbourne guckt ihr noch regelmäßig chaos lady schreibt es mal in die kommentare ich sehe immer nur da steht bei live das letzte mal vor drei vier monaten stadtradeln dann dachte ich die ist gar die macht nichts mehr aber wahrscheinlich macht die ja alles auf twitch deswegen kriege ich nichts mehr mit flussdelta ist genau wie vorhin bei dem sandtyp oben noch normal unten schleift es im wasser deswegen wird es wässrig und blau das ist irgendwie eigentlich cool wie der der oben so war und unten braun also flussdelta gefällt mir auch sehr gut archipel archipel ich muss ich komme hier im endeffekt entwickle ich ein falsch oder doppelt und dann reicht es nicht mehr fürs letzte fürs letzte archipel 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 genau genau es ist in der domrep also dominikanischen republik zu finden domrep was kürzst du das hier ab domrep 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 hier evil dom wenn sie am kölner dom stehen und anfangen zu rhythmischen sprechgesang zu fokulieren dann ist das domrep kennt ihr genau so wie hieß das ich hab den ach so steht der gleich da archipel archipel und wie findest du den sieht ein bisschen langweilig aus hässlich genau der ist richtig genial dass der so hässlich ist dürre ich habe dürre geschrieben mit ü stand dort enthält unzulässige zeichen durftest du nicht dann hab ich düro geschrieben war ok also am ü hat es nicht gelegen ich dachte ein ü kann man nicht schreiben wegen dürre war aber nicht das problem weil dürre war ok dürre geht nicht duere ist ok also warum enthält das unzulässige zeichen was ist das darf man nicht dürre sagen weil es eine beleidigung ist wenn man sagt du dürres gestrüpp verschwinde jetzt hier oder was man sagt schlank und gut aussehend aber nicht dürre also das ist jetzt im bereich mexiko zu finden mexiko sieht schon aus wie so ein burrito nacho tottea also alles dabei ozean hey ja das ist richtung hondolulu also hawai ein griff ins wasser ein griff ins klo ozean ein hawaiianisches ozeanisches puponjo so nochmal einmal hier zack ist weg erhält das ja vor allem wo soll ich denn auch die xl hernehmen hallo laufen ich fang noch jeden ich fang jeden tag durchschnittlich zwei stück und bin immer jeden tag auf der suche nach nem hunderter das da fällt nicht so viel ab so schenaria ist komplett überfordert ich find's richtig schön weil das ist wieder zweigeteilt unten hast du das bläuliche mit verschiedenen blautönen oben das rötlich gelbliche orange liche mit verschiedenen also schön in der mitte geteilt der sack hängt im wasser deswegen läuft der blau an oben brennt die sonne drauf es wird rot fertig passt 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 perfekt wie die englische zeitform wir sind bei schneefeld ja schneefeld gibt's wieder mal in skandinavien und zwar eher schweden vergesst australien geht nach schweden genau ab nach schweden verwechselt es nicht mit der schweiz so wie es die genaia immer macht schweden schweiz ist ja alles das gleiche sind die peneluxstaaten genau was willst du denn von mir man jetzt hab ich nur noch 407 bonbons oh wird langsam knapp da dürfen nicht mehr so viel kommen ja eigentlich nicht stimmt let's get ready to aber ich seh gar man könnte eventuell in kanada in kanada ist kanada außer die kanada das sieht aber schön aus ich weiß nur oben die weißen punkte unten der weiße dings und der rest so bläulich hübsch 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 und noch mehr hübsch dödel 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 hä jetzt hab ich hier nichts mehr dran heißt das jetzt ich habe schon alle entwickelt ich hab nicht mehr traciert und das muss ich auf jeden Fall so lassen und ein kontinental würde ich vielleicht trotzdem nochmal entwickeln dass ich eins hab was nicht lucky ist außerdem musst du uns ja auch noch erklären wo kontinental ist ja kontinental gibt es meistens bei uns natürlich in deutschland aber ich glaube deutschland ist groß ja aber ich glaube es gibt auch kontinental woanders warte mal kurz aber ich meine wenn wir hier ohnehin von deutschland ausgehen ist deutschland eh die beste Wahl also ihr müsst mir aufgefallen ich hab ja männlich weiblich noch gar nicht eingetragen gehabt weil ich ja nur eins entwickelt hab meinst du bei den ganzen entwicklungen jetzt ist ein männliches unweibliches dabei gewesen so dass männlich weiblich eingetragen ist zehn stück oder neunzehn stück müsste ja eigentlich deswegen gehen wir jetzt hier wieder drauf gucken jetzt mal da und sehen es ist alles ausgefüllt bis auf zwei und das passt weil das sind ja die zwei die noch fehlen weil es insgesamt 20 muster gibt so jetzt haben wir auch bei gefangen steht hier neunzehn dann wird es das wahrscheinlich auch gewesen sein wo ich gesagt habe hä komisch da ist was ausgekauft das sehen wir ja jetzt genau also hier habt ihr vivillon 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 eins ist grau der rest geht wieder durch also müsste eigentlich noch ein zweites kommen da ist das zweite graue dann passt es jetzt das passt perfekt also alle sind ausgefüllt bis auf zwei stück hier zwei stück hier oben seht ihr ja fehlt noch und wenn wir jetzt alle vivillon anzeigen machen stand das nicht auch irgendwo könnt ihr nochmal kurz nach wp sortiert euch die anschauen blumenmeer kontinental savanne flocke aquamarine sand dschungel ziergarten prung innovation frost frost monsun flussdelder archipel schneefeld ozean dürre aber nicht beleidigen ja passt auf was ich sage ihr könnt ja mal reinschreiben welches ihr am besten fandet welches euch am meisten gefallen hat ich muss ehrlich sagen ozean gefällt mir sehr gut durch diese aufteilung aber ansonsten mag ich auch gern frost und monsun sowas Das sieht ja zum Beispiel mega schlicht aus Aber auch irgendwie edel Was ist dein Liebling? Kannst du auf Anhieb einfach direkt sagen, was dein Bestes ist? Gut, kann sie nicht Dann müssen wir schnell weitermachen Prunk würde ich jetzt eher Jetzt mal sagen Du magst Dschungel, genau Weil der ist unten so dreckig und braun Ihr schreibt mal rein Was eure Eure Lieblingsregion ist Welches Muster euch am besten gefällt Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus Ich muss mal sehen, dass ich noch ein Puponcho entwickle dann Dass ich das auch hab, auf der Hand Und ob irgendwann mal das 100er kommt Dann melde ich mich natürlich nochmal zurück Ansonsten würde ich sagen, das war's Dankeschön fürs Assistieren und sagen, wo die herkommen Habt ihr schon gesehen, dass das Aquaner Den Pummel in den Kopf massiert Das sieht auch sehr gut aus Also bis zum nächsten Mal, bis dahin Peace out, Vorhaut, euer Ramses Und eure Jenna Tschüss